hallo und herzlich willkommen zum webinar von dedicated sports hier geht es heute um die kniebeuge ich bin jan einer der vier coaches von dedicated sports und ich werde euch heute die basics der kniebeuge vermitteln das heißt alle sachen die in meinen augen das wichtigste sind um eine kniebeuge langfristig und nachhaltig auszuführen das heißt dass wir gesund bleiben dabei dass wir stark und stärker werden ja und hat einfach nachhaltig das ganze ausführen können das heißt gerade für anfänger wird hier einiges dabei sein um halt ein gutes fundament aufzubauen auf dem wir dann über die jahre weiter aufbauen denn eins muss euch immer gewiss sein ihr werdet nur das stärkste aus euch rausholen wenn ihr halt auch lange dabei seid über die jahre welt die stärker wenn das fundament stimmt umgekehrt wenn am fundament probleme sind wird es euch irgendwann deutlich zum stagnieren verleiten wird euch irgendwann richtung verletzungen bringen das heißt auch gerade für fortgeschrittene kann hier durchaus was dabei sein die vielleicht genau das haben die irgendwo am stagnieren sind die eventuell sich unsicher sind mit der technik oder die auch selber wenn sie vielleicht mal gefilmt haben gesehen haben ja gut irgendwie so ganz stimmig sieht das nicht aus und auf alle verschiedenen punkte gehen wir heute ein die halt für eine gute und stimmige kniebeugetechnik notwendig sind genug gelabert starten wir direkt mit dem inhalt wir haben heute drei kapitel im kapitel nummer eins geht es um den gesamten ablauf der kniebeuge von kopf bis fuß von fuß bis kopf wie man sehen will da geht es natürlich darum wie wir uns am anfang konzentrieren für die stange es geht über das lift auf also das rausgehen das rausheben und ausgehen das bereit machen das stehen die abwärtsbewegung die aufwärtsbewegung und natürlich auch wieder das sichere zurückführen ins rack das ist sowohl für wettkämpfe natürlich wichtig dass in dem abläufen zu trainieren als auch fürs training weil wir natürlich auch im training eine gewisse sicherheit haben wollen und gerade für die die auch wettkämpfe machen natürlich im training auch das trainieren wollen was wir dann am wettkampf abliefern wollen im zweiten kapitel geht es dann um die drei häufigsten fehler da wird dann zuerst die problemstellung dargestellt also das heißt was überhaupt für probleme dadurch entstehen was für risiken entstehen und im nächsten ablauf dann wie es eigentlich besser sein sollte wie der richtige ablauf aussieht und zum abschluss dann immer noch was ihr natürlich im alltag machen könnt was ihr im training machen können also ein paar werkzeuge von meiner seite aus aus meiner erfahrung als athlet als coach aus meinen beobachtungen auch was ihr halt da optimieren könnt da sind sowohl ein paar kleine übungen dabei als auch gewisse tipps für den alltag um halt sowohl verständnis als auch praxis zu optimieren zum abschluss haben wir dann noch mal ein kleines philosophisches ende wo ich dann alles noch mal zusammenfasse euch ein paar grundregeln mit auf den weg gebe so dass ihr das ganze schön abgeschlossen auch in euer training mitnehmen könnt in euren alltag natürlich auch gut starten wir dann mit unserem ersten teil dem setup wir sehen den martin und ja wir sehen den martin ist hier hoch konzentriert er macht sich bereit für seinen großen lift am wettkampf für die kniebeuge und macht ja schon vieles richtig wie wir hier sehen ist er nämlich sehr fokussiert naja ist konzentriert er lässt sich zeit das sieht man hier weil sonst wäre wahrscheinlich schon links unter der stange wäre am hetzen ergreift die stange macht sich hier noch mal mental bereit und im nächsten zuge hat er sich das weiß ich selber vielleicht vor ort war unter der stange auch gut aufgebaut und hatte dann entsprechend auch eine sichere position zum ablauf des setups genau so soll es aussehen wir sind in allererster linie fokussiert und wir lassen uns auch so viel zeit wie wir brauchen um überhaupt unter die stange zu gehen denn wir haben später keine zeit mehr uns neu zu konzentrieren um uns neu zu sammeln das muss alles am anfang stehen bevor wir unter die stange gehen müssen wir sicher sein dass wir dieses gewicht bewegen dass wir alles geben und das gilt es zu sichern in dem bereich greifen wie die stange finden auch schon mal das gefühl zur stange um uns dann unter der stange aufzubauen und entsprechend sozusagen mit der stange zu verschmelzen kleine visualisierung dass wir wirklich eins mit der stange werden die stange soll nicht irgendwo locker auf uns drauf liegen fast schon runter rollen wir wollen wirklich eine spannung mit der stange aufbauen wir wollen unseren oberkörper mit der stange halt verbinden und diese position halten wir dann um im nächsten schritt dann halt das ganze rauszuheben ich habe euch das hier mal aus meinem training gezeigt im kleinen video wie das ganze aussehen kann ihr seht ihr auch ich greife die stange ich konzentriere mich ich lasse mir die zeit ich brauche gehe unter die stange baum ich hier drunter auf finde meine position und bin bereit recht simpel aber sehr entscheidend denn wenn ihr hier einige fehler macht wenn ihr zu hektisch seid wenn ihr euch nicht richtig aufbaut wird euch das später beim lift deutlich schaden umgekehrt wiederum wenn ihr hier alles richtig macht sauber macht das für euch auch zur routine im training wird dann werdet ihr in der regel deutlich besser performen vor allem dann auch später in der ab und aufwärtsbewegung gut gehen wir nun zum zweiten teil wenn wir nun unter der stange uns aufgebaut haben dann brauchen wir natürlich spannung wir brauchen spannung um das gewicht hat rauszuheben das hoch zu drücken und dann hat auch rauszulaufen wir brauchen spannung wir brauchen ruhe wir brauchen natürlich konzentration das zieht sich natürlich den gesamten lift durch die wir die konzentration die wir einmal beim setup aufgebaut haben die halten wir natürlich den gesamten lift durch es gibt keinen moment in dem wir dann etwas anderes denken in dem wir mal in die ecke rumstarren in dem wir uns durch etwas ablenken lassen wir sind ab dem punkt vom setup maximal konzentriert und das zieht sich natürlich auch hier im liftoff wie ein roter faden durch zu dem racing werde ich nachher noch ein bisschen genauer eingehen ganz kurz nur gefasst es geht darum dass wir in unserem bauch atmen dass wir 360 grad auf spannung bringen ja um dann halt stabil zu sein weil ihr müsst denken diese erste bewegung die wir haben am liftoff dieses hochdrücken ist ja schon wie eine mini kniebeuge das ist ja wie eine ganz kleine kniebeuge die wir machen und da müssen wir natürlich unter spannung sein da können wir nicht wie so ein pudding unter dem gewicht sein wenn wir das ganze dann nach hinten bewegen wollen zum auslaufen dürfen wir auch nicht vergessen dass wir natürlich durch diese bewegung und diese schritte die wir machen tendenziell natürlich dazu neigen werden spannung zu verlieren deswegen ist es ganz wichtig dass wir bei dem hochdrücken die kraft hat absorbieren die von der stange geht die trägheit die auf uns wirkt die müssen wir absorbieren um ruhige schritte nach hinten zu machen das muss nicht immer ein stand sein muss jetzt nicht da zehn sekunden stehen und dann es zurückgehen aber ihr müsst so kontrolliert das ganze absorbieren dass ihr dann wirklich wenig kontrollierte schritte machen könnt bei denen ihr halt so wenig spannung wie möglich verliert am besten hat gar keine und dann halt sicher zu stehen zum abschluss zwei bis drei schritte darauf noch mal kurz sind in etwas ist genau der sweet spot man kann zwei man kann drei machen zwei haben natürlich den vorteil dass man noch weniger sich nach hinten bewegt und schneller in position ist dadurch natürlich auch die spannung besser halten kann aber auch drei schritte sind gut wir müssen natürlich eine gewisse anzahl von schritten machen um überhaupt aus dem record rauszukommen gerade im training gibt es ja manchmal gewisse power racks die sehr tiefe jhooks haben da müssen wir natürlich etwas weiter von weg um halt nicht dagegen zu knallen und das geht natürlich am wettkampf auch auch wenn da die jhooks natürlich sehr klein nur sind geht natürlich dort das gleiche prinzip aber wie gesagt zwei oder drei schritte beides super zu vermeiden sind halt 45 sechs sieben acht schritte wir wollen nicht bis ganz hinten zur wand laufen wir wollen dabei natürlich auch nicht umfallen wir wollen uns einfach nur in die position begeben wo wir halt dann gut stehen können das ganze hier auch einmal im video gezeigt wir haben ja eben das setup gesehen dann geht es direkt weiter wir haben uns hier festgemacht bauen die spannung auf haben unser bracing also unsere bauchspannung unsere rumspannung machen die zwei schritte in meinem fall hier und stehen dann das ganze noch einmal an die hüfte wird entsprechend untergeschoben wie wir es hier haben fürs hochdrücken ihr seht ich mache zwei schritte was super ist was aber nicht so optimal ist ist dieses nachkorrigieren was ihr hier seht also da muss ich selber zum beispiel auch noch im training darauf achten dass ich da schneller zur ruhe kommen nichtsdestotrotz ist es auch ein unterschied ob man nachkorrigiert dabei spannung komplett verliert sich nun mal neu aufbauen muss oder ob man nachkorrigiert und dabei halt relativ gut in der spannung bleibt gut dann haben wir die exzentrik das heißt die abwärtsbewegung bei der abwärtsbewegung gibt es eigentlich nur zwei punkte zu beachten die haben wir natürlich nicht mehr viel an bewegungen nach hinten vorne oder irgendwas sondern wir stehen ja bereits in der position wie was gerade gezeigt haben und jetzt geht es natürlich noch deutlich mehr um das bracing weil jetzt haben wir eine große bewegung wir müssen ja tief in die hocke bei den wettkämpfern bvdk oder ipf diversen anderen verbänden müssen wir wirklich recht tief beugen also dass die wirklich die oberschenkel vom knie in die hüfte sinken richtung boden also as to grass mehr oder weniger und dementsprechend brauchen wir da wirklich eine gutes festes fundament und vor allem diese stabilität und die stabilität kommt hat hier aus der mitte vor allem wir atmen in den bauch rein um halt diese 360 grad spannung zu erreichen und wir können uns das ganze eigentlich vorstellen wie wie ein luftballon luftballon hat ja außen diese hülle die haut und die könnt ihr euch vorstellen wie unsere muskulatur im rumpf die sehr facettenreich ist also wir haben kompletten bauchmuskulatur von der seitlichen geraden innere muskulatur die wir halt da haben wir haben aber auch hinten latissimus quadratus lumborum wir haben also ein großes korsett an muskeln was alles zusammenarbeitet was aber auch erst auf spannung gebracht wird wenn wir halt luft in den bauch hat bringen bild um bei dem bild von ballon zu bleiben wenn ihr keine luft in ballon bringt oder nur ganz wenig dann ist der sehr labbrig und gibt halt schnell nach und das wollen wir ja nicht wir wollen ja nicht nachgeben wir wollen ja dass unsere wirbelsäule zum einen der gesunden natürlichen neutralen position ist und zum anderen dadurch ja auch die stärke überträgt eine wirbelsäule die nachgibt die einrundet die sich überstreckt die irgendwo in sich kollabiert wird gesundheitliche probleme nach sich ziehen und wird aber auch dafür sorgen dass ihr nicht stark genug seid und darum geht es halt bei dem bracing dass wir tief in den bauch atmen und dafür sorgen dass der oberkörper statisch bleibt und in seiner optimalen kraft und gesundheitsposition zum punkt tiefe bauchatmung nicht falsch verstehen es geht nicht darum dass wir uns maximal aufblasen und den ballon fast zum platzen bringen es geht wirklich im wahrsten sinne des worts darum dass wir tief in den bauch atmen dass wir durch unser zwerchfell was zwischen brust und bauchheit liegt durchatmen und möglichst tief in den bauch einatmen um den gesamten bauch zu füllen es bringt halt absolut nichts in die brust zu atmen oder gerade noch so oben in den bauch und alles unterhalb richtung hüfte ist seit labbrig und da fehlt völlig die spannung wir wollen wirklich da unten rein und mehr hilft dir nicht unbedingt mehr an luft also dem einen hilft ein bisschen mehr luft dem anderen bisschen weniger das ist natürlich individuell aber es bringt euch nichts wenn der ballon wie gesagt kurz zum platzen ist jeder völlig roten kopf habt die spannung schon längst weg ist weil ihr so eine plauze vor euch habt das geht darum wirklich diese spannung zu haben und so könnt ihr es ja beim ballon ja auch vorstellen ballon hat ja eine gute größe erreicht wenn er schön straf aufgeblasen ist wenn man darüber hinausgeht seht ihr dass sich dann langsam dass das kunststoff weiß färbt dass es langsam porös wird diese richtung wollen wir nicht rein wir wollen es nicht übertreiben wir wollen diese maximale spannung haben nicht mehr und nicht weniger aber wie gesagt die ist individuell bei den leuten manche brauchen etwas mehr manche brauchen etwas weniger und was wir auf jeden fall vermeiden wollen wie ich gerade schon sagte dass wir halt in die brust atmen die brust atmung bringt uns absolut nichts darauf gehen wir aber später noch mal bei unserem fehlerbild ein das soweit zum bracing das heißt wir sind dann bereit das machen wir natürlich oben bevor wir starten mit der bewegung und deshalb bei der bewegung zu halten ja und dann geht es in die hocke bei der hocke arbeiten knie und hüfte gleichzeitig beziehungsweise gleichmäßig in der bewegung was man natürlich schon manchmal sieht gerade bei low bar das werdet ihr gleich bei mir sehen oder auch hier beim lukas seht ihr das natürlich ihr seht das jetzt nicht weil er schon der hocke ist aber wir haben auch in der standposition natürlich eine etwas vorgebeugte haltung einen gewissen hinge in der hüfte das ist natürlich bedingt weil die stange ja etwas tiefer liegt wenn die stange tiefer liegt dann müssen wir uns natürlich von vornherein im stand schon etwas vorbeugen um den schwerpunkt auf dem mittelfußseit zu halten also verwechselt das nicht das ist keine schlechte ausführung bei low bar könnt ihr euch nicht senkrecht im raum hinstellen dann wird die stange euch nach hinten runter fallen bei high bar geht es schon eher weil bei high bar liegt die stange halt oben auf euch drauf auf dem nacken also da wie gesagt auch mal daran denken das heißt eine gewisse beugung dieser gewisse hinge ist völlig in ordnung zu beginn der bewegung den wollen wir aber nicht erst einleiten mit dem bewegen sondern der soll schon im stand sein die hüfte muss natürlich trotzdem gut auf spannung gestreckt sein aber nichtsdestotrotz ist eine leichte vorbeugung überhaupt kein problem solange wir genau dadurch erreichen dass wir halt mit dem schwerpunkt über dem mittelfuß bleiben ebenso in der hocken bewegung ist ganz wichtig dass unsere füße statisch bleiben das einzige bei der kniebeuge was halt dynamisch arbeitet ist im prinzip unser sprunggelenk hier das knie und die hüfte alles andere ist statisch unsere hände sind statisch an der stange unser oberkörper statisch rumpf oberer rücken und die füße sind statisch das ist alles wichtig um halt die kraft die sich halt durch diesen dynamischen teil entwickelt auf die stange zu übertragen wenn wir hier unten bei den füßen rum wackeln wenn wir oben bei den händen rum wackeln oder an den schultern oder am rücken dann werden wir die kraft nicht optimal übertragen dann werden unser verlässungsrisiko erhöhen und vor allem halt nicht stark genug sein um die bewegung gut auszuführen nicht maximal effizient kleine faustregel auch noch hier bezüglich der knie man sieht es ja immer mal wieder das kniebeathleten nach innen kollabieren vielleicht habt ihr das problem ja auch selber bei euch im training festgestellt es gilt die grundregel dass die knie den fußspitzen folgen und da gibt es auch nichts anderes ist einfach ein fakt also es wird euch nichts bringen wenn die knie nach innen kollabieren das ist einfach ein nachteil das sterbt natürlich nicht davon ihr werdet euch auch nicht direkt verletzen dennoch ist es halt problematisch und daran muss man arbeiten auch darauf gehen wir nachher noch mal ein bisschen genauer ein und daran könnt ihr das sehr gut erkennen in dem wenn ihr euch halt filmt mit dem euch hat von vorne filmt da gehe ich gleich noch drauf ein mit dem video ebenso haben wir halt das luft anhalten in der abwärtsbewegung was im prinzip ein no brainer ist ihr werdet natürlich nicht noch mal neu ein oder ausatmen wenn ihr runter geht aber das gilt natürlich auch zum beispiel im training wenn ihr mal tempo varianten oder ähnliches macht auch wenn es sehr anstrengend ist auch wenn euch der kopf vielleicht zu anfang auch zu platzen droht dabei die luft müsst müsst ihr anhalten mit der abwärtsbewegung da zu atmen aus oder einzuatmen bringt euch nichts ihr verliert spannung ihr werdet bei dem umkehrpunkt kaum noch kraft entwickeln können werdet eher kollabieren werdet probleme haben dadurch eventuell auch schmerzen rücken knie hüfte irgendwo wo es dann halt am schwächsten ist dementsprechend da immer die luft anhalten da wie gesagt noch mal ein tipp von eben denken tief heißt nach unten in den bauch atmen und viel hilft ihr nicht unbedingt viel in dem falle auch wenn friedrich mich dafür jetzt köpfen wollen würde aber es bringt euch nichts wenn ihr euch aufblast wie ein ballon der kurz vom platzen ist sondern ihr müsst eure optimale luft finden bei dieser luft die optimal ist dieser sweet spot werdet ihr in der regel auch ohne probleme die luft anhalten können in der abwärtsbewegung gut schauen wir uns das ganze mal video an einmal von der seite wir achten dann hier auf das bracing wir achten hier auf die bauch atmung wir sehen hier der bauch hat sich etwas gewölbt auch nicht zu stark das ist mein sweet spot für die atmung und wir haben vor allem gesehen gucken wir uns das noch mal an dass die brust sich hier nicht aufgeblasen hat sondern der bauch darum geht es wir sehen dass ich runter gebeugt habe dass der schwerpunkt über dem mittelfuß liegt na und auf die konzentring gehen wir natürlich also auf die aufwärtsbewegung gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein auf jeden fall haben wir die volle spannung hier unten und mit dem schwerpunkt über dem mittelfuß geht natürlich so eine gewisse faust formel das werdet ihr wahrscheinlich auch oft gelesen oder gehört haben dass die stange sich senkrecht über den mittelfuß praktisch bewegt das stimmt schon in der theorie auf jeden fall in der praxis ist es aber nicht unbedingt immer zwangsläufig notwendig deutlich wichtiger ist dass ihr wirklich den schwerpunkt über dem mittelfuß hat der schwerpunkt über den mittelfuß heißt dass eure füße sich nicht bewegen während der bewegung dass die nicht abheben nicht wackeln nicht kollabieren dann habt ihr wirklich auf der mitte von eurem fuß den schwerpunkt und daran erkennt ihr das in der regel auch ganz gut und wie die stange sich dann genau bewegt das kann teilweise ein bisschen variieren aber ihr werdet niemals wenn ihr über den mittelfuß beugt die stange auf einmal hier vorne haben oder ganz hier hinten das wird anatomisch gar nicht machbar sein aber ihr müsst euch jetzt nicht mit dem geodreieck hier hinstellen und hier unbedingt eine linie zeichnen permanent und dann jedes grad genau versuchen auszujustieren es geht um eine ungefähre richtung die ihr macht ihr könnt das natürlich gerne machen ich mache das auch teilweise bei athleten dass man sich das ganze mal genauer anguckt von der linie halt her aber in der regel wenn es vom augenmaß her passt und die füße stabil auf dem boden bleiben dann ist die kraft übertragung gut dann ist die optimal und dann kann man schauen wenn da problemen entstehen dass man auch was justieren kann und sollte aber ansonsten gibt es da keinen großen bedarf was zu verändern dann gucken wir uns das ganze noch von vorne an von vorne schauen wir uns das gleich mal an dass die fußspitzen die knie den fußspitzen folgen wie wir schon gesagt haben den schwerpunkt vom mittelfuß können wir natürlich nicht genau sehen wir können aber auch gleich auf das bracing mal genau achten und wir können vor allem dauer weit achten das knie und hüfte gleichmäßig arbeiten das können uns gleich auch mal von der seite angucken also die knie die folgen den fußspitzen bleiben schon in positionen oberschenkel und hüfte arbeiten gleichmäßig gucken uns das hier auch noch mal an das heißt leiten die bewegung gleichmäßig ein und arbeiten gleichmäßig hoch und dadurch seht ihr könnt ihr eine gute kraftübertragung erreichen weil zwei gelenke sind nun mal stärker als nur eins wenn ihr da versucht nur aus der hüfte zu beugen dann wird das nicht gut funktionieren ihr werdet zum einen nicht gut auf tiefe kommen zum anderen welt ihr potenzial liegen lassen wenn ihr nur maximal aufrecht versucht mit den knien zu beugen wird das ähnlich sein ihr müsst mit eurem gesamten körper arbeiten ihr müsst eine möglichst stabile starke kette bilden gut gehen wir weiter zum nächsten kapitel zu der konzentrik und dem weg sind wir auch schon fast beim abschluss der bewegung wir sind jetzt nun unten in der hocke und wollen natürlich wieder hoch wir haben uns an die regeln gehalten wir haben die luft angehalten wir haben die spannung gehalten wir sind über den mittelfuß geblieben das heißt wir haben jetzt optimale bedingungen um halt aus der hocke wieder raus zu kommen thema nummer eins der unterkörper bei der konzentrik ist es genauso wie bei der exzentrik also aufwärts genauso wie abwärts oberschenkel und gesäß bzw knie und hüfte arbeiten halt harmonisch zusammen arbeiten gleichmäßig wenn nämlich erst nur die knie arbeiten und erst nur die hüfte werde die immer probleme haben nach vorne nach hinten fallen wenn das ganze harmonisch ist dann werdet ihr schön möglichst über den mittelfuß bleiben in der linie und das ganze schön nach oben arbeiten gleichzeitig natürlich auch wenn die füße schön stabil auf dem boden liegen könnt ihr die kraft natürlich auch wieder besser übertragen kommen wir nun zu dem oberkörper haben wir eben auch schon thematisiert ist bei der aufwärts bewegung auch nicht anders als bei der abwärts bewegung der bleibt statisch der bleibt voll unter spannung wir haben die spannung im rumpf wir haben die spannung um oberen rücken wir haben ein stabilen griff an der hante die hante ist immer noch mit uns verschmolzen und das bleibt auch hier so schwerpunkt über den mittelfuß brauche ich nicht so zu sagen und dann gehen wir rüber zur atmung die atmung bei der exzentrik war ja noch ein no brainer ist klar dass wir die anhalten müssen um die spannung zu halten bei der konzentrik gibt es mehrere möglichkeiten zu atmen und da gibt es auch nicht das richtig oder das falsch das müsst ihr selber ausprobieren da gebe ich euch gleich auch noch ein paar erfahrungswerte von mir dazu und zwar haben wir die variante nummer eins die gerade in meinen augen für anfänger deutlich besser ist für leute die auch neu in den sport reinkommen und auch eigentlich so für die breite masse besser ist nämlich das ist das logische prinzip dass wir mit der belastung ausatmen das heißt wir haben die belastung wir haben eine größere anstrengung in der konzentrik das heißt wir müssen da auch entsprechend gegen diese anstrengung ausatmen das ganze wollen wir natürlich konstant machen wir haben ja eine große bewegung vor uns und es bringt nichts wenn wir dann unten in der hocke alles an luft raus lassen und dann zusammenbrechen dann schaffen wir vielleicht ein paar zentimeter hoch schaffen auch noch den rebound brechen aber dann komplett zusammen wir müssen das wie durch ein ventil kontrolliert ablassen um halt auch noch oben spannung zu haben um die spannung halt wirklich zu halten über die bewegung es ist deutlich leichter für unseren körper die spannung zu halten oder für uns hat die spannung zu halten im rumpf vor allem wenn wir die luft nur langsam ablassen wenn wir direkt alles rauszulassen dann ist es sehr schwer das ganze zu halten kleiner tipp noch da sticking points sind ja die punkte wo wir halt uns besonders schwer fallen die schwachstellen in der bewegung praktisch die wir haben und da können wir das ganze natürlich noch als waffe nutzen indem wir da etwas kräftiger ausatmen bei diesem sticking point ruhig etwas kräftiger damit wir darüber hinaus kommen der ist unterschiedlich in der regel ist es bei fortgeschrittenen etwas weiter oben bei anfängern etwas weiter unten aber da macht es durchaus sinn etwas kräftiger und auch lautstärker auszuatmen um mehr kraft zu entfalten weil es bringt euch absolut nichts wenn ihr da verharrt also wenn ihr an dem sticking point verharrt wird euch das enorm kraft kosten selbst wenn ihr den lifter noch schafft dann ist das wirklich eine api 10 und am wettkampf wird dann kaum noch ein versuch drin sein im training ist eigentlich eure trainingswoche vielleicht sogar gelaufen weil eine kniebeuge ist dann schon ziemlich belastend der api 10 und dementsprechend achtet darauf dass ihr wirklich diesen harmonischen ablauf hat habt und das erreicht ihr halt nur indem ihr gerade da wo es anstrengend wird auch wenn ihr ausatmet hat auch etwas kräftiger ausatmet die variante nummer zwei die wir dann auch eher bei fortgeschritteneren athleten sehen und die durchaus auch ihre berechtigung hat ist halt dass man die luft anhält bei dieser version gibt es auch nochmal zwei möglichkeiten nämlich entweder bis zu dem sticking point die luft anzuhalten um dann maximal das rauszufeuern kann sinn machen also gerade wie schon sagte bei fortgeschrittenen athleten ist der sticking point hat auch etwas höher ist teilweise auch dann kurz vorm lockout da pusten sie dann noch mal alles raus geben gas und sind fertig mit der ganzen kiste haben den vorteil genutzt durch das luftanhalten dass sie halt die maximale spannung gehalten haben während des ablaufs das ist der große vorteil beim luftanhalten halt also durchs luftanhalten ist es deutlich leichter spannung zu halten der nachteil ist unser blutdruck steigt enorm also das mag es der ein oder andere nicht interessieren aber auch das ist gesundheitlich nicht unbedingt das allerbeste wir laufen sehr rot an und es ist dadurch auch sehr unangenehm das durchzuführen das ist eine etwas unnatürlichere variante warum sollten wir da maximal die luft anhalten wenn wir doch eigentlich mit dem aussahmen auch kraft entfalten können das aber wie gesagt bringt euch nicht um ist auch kein direkter riesen nachteil ist aber wie gesagt nicht das optimum unbedingt für jeden anfänger man muss sich ja nicht absolut maximal quälen und es verändert ja nichts direkt an eurer technik also ihr könnt durchaus erstmal beginnen wie meine empfehlung hat ist kontrollierten und konstanten ausatmen und damit kann man durchaus auch ins fortgeschrittenen oder elite level hat kommen ist durchaus machbar das ist nicht schlechter oder besser als die atmung nummer zwei die ist halt in der regel nur alltagstauglicher vor allem auch trainingstauglicher und macht euch nicht so fertig also wenn ihr diese atmung zwei mit dem luftanhalten nutzt oder teilweise auch die andere variante dass die luft komplett anhaltet überlegt mal wenn ihr damit fünf bis zehn wiederholungen im training macht in einem satz ihr seid völlig fertig danach weil ihr kaum luft hat beziehungsweise kommt oben an und müsst extrem nach luft dringen auch ein nachteil den ihr habt also die atmung an sich in der bewegung haben beide ihre berechtigung aber es gibt natürlich außenrum gewisse vor- und nachteile und art nummer eins hat halt deutlich mehr freundliche vorteile für das umfeld und wie gesagt ist nicht schlechter als atmung zwei atmung zwei hat wiederum den vorteil dass sie dass sie halt einfacher es ist deutlich einfacher die spannung natürlich zu halten wenn ihr einfach die luft drin lasst die diese 2.2 version praktisch dass sie die luft komplett anhaltet sieht man auch sieht man auch tendenziell eher bei sehr fortgeschrittenen athleten manche anwender versuchen es aber auch zu nachzumachen und fein damit oft eher auf die nase ist halt wirklich dass sie erst aussahmen wenn sie oben sind wie gesagt spannung könnt ihr natürlich maximal dadurch halten problem aber auch da ist natürlich wenn ihr ein sticking point habt und ihr haltet da die luft an ist es sehr schwer aus dem sticking point rauszukommen das ist nicht unmöglich keine frage aber ich verbrauche deutlich mehr kraft als wenn ihr euch schon angewöhnt habt da etwas mehr auszuatmen ein bisschen der kräfte zu mobilisieren also euer momentum ist dann oft etwas schlechter wenn ihr dort verharrt die bewegung dauert länger kostet euch natürlich viel mehr kraft wenn ihr mitten in der bewegung halt unter schwerem gewicht seid und hat kein bisschen druck ablast durch dieses ventil was wie gesagt trotzdem ja noch die spannung halt erhält dass so zu den beiden atmungsvarianten dann noch eine kleine faustformel zu der geschwindigkeit die geschwindigkeit bei der hand da bin ich eben schon grob eingegangen das hat auch mit der atmung natürlich ein bisschen zu tun wir wollen ja möglichst einen geschmeidigen sauberen ablauf und dementsprechend muss gelten dass die aufwärtsbewegung mindestens so schnell ist für die abwärtsbewegung ja am besten ist sie sogar noch ein bisschen schneller und das erreichte ja unter anderem durch kontrolliertes atmen indem ihr halt beim sticking point nicht verharrt sondern da halt auch gut durchkommt ist eventuell auch gar nicht zum sticking point kommt weil ihr den perfekt durch eure atemtechnik halt überwindet man sieht das gerne mal bei anfängerathletenverein aber auch zum teil hat auch bei fortgeschrittenen schon dass die halt sich in der exzentrik komplett runterfallen lassen das heißt eine sehr schnelle abwärtsbewegung haben und in der aufwärtsbewegung dann zum bremsen kommen dass wirklich die aufwärtsbewegung langsamer ist als die abwärtsbewegung und das ist immer schlecht das ist immer nachteil ganz logisch eigentlich weil zum einen ja die abwärtsbewegung zuerst kommt und dann erst die aufwärtsbewegung das heißt es macht ja keinen sinn zum ende unnötig langsam zu werden ihr wollt ja die power noch haben zum ende vielleicht ein bisschen widersprüchlich aber die logik natürlich dahinter ist meistens und das ist auch meistens die ursache bei den athleten dass sie halt in der abwärtsbewegung spannung verloren haben das der einzige grund warum die schnell runter gehen also schnell runter kann jeder man muss ja gar nichts beachten muss sich ja nur fallen lassen das gewicht drückt ein ja runter umso mehr man dahin neigt desto schwerer wird es seit bei dem umkehrpunkt wieder schnell nach oben zu kommen und uns geht es ja eigentlich um diesen umkehrpunkt uns geht es ja mehr auf die aufwärtsbewegung abwärtsbewegung bereitet ja nur die aufwärtsbewegung vor und da ist es nun mal so dass die unter spannung und unter kontrolle deutlich besseren übertrag hat auf die aufwärtsbewegung das heißt nicht zwangsläufig dass die abwärtsbewegung extrem langsam sein muss in zeitlupe geschehen muss die kann auch schnell sein guckt euch olympische gewichtheber an die sind sehr schnell und explosiv in ihrer bewegung aber die sind halt auch kontrolliert und optimal in ihren barpuff in ihrem ablauf und das könnt auch ihr erreichen weil ihr habt durchaus den vorteil durch eine etwas zügigere abwärtsbewegung dass ihr natürlich den nur bauen effekt aus euren knien nutzen könnt dass sie etwas schwung generiert der euch ein stückchen mehr nach oben katapultiert aber ihr dürft es nie machen für ein großes große einbußen an spannung die spannung sollte gegeben sein ob das nun schnell oder langsam nach unten geht das ist euch überlassen auch da geht tendenziell für anfänger eher mal einen schritt zurückgehen ihr langsam runtergehen um überhaupt diese spannung zu lernen weil erstmal müsst ihr natürlich ist es deutlich leichter die spannung zu erlernen wenn ihr langsam runter geht die kontrolle den richtigen barpuff die knie in richtigen richtung zu halten und dann könnt ihr über jahre über die monate das ganze natürlich etwas beschleunigen nur trotzdem seid ihr noch in dem optimalen ablauf drin wenn ihr von anfang an versucht auf geschwindigkeit zu gehen lernt ihr den guten ablauf nicht also man kann sachen nicht unter druck ganz schnell lernen man braucht zeit um sachen zu erlernen wenn man die erlernt hat kann man die halt optimieren und dann teilweise auch in der geschwindigkeit arbeiten gut das dazu wir sind oben angekommen das heißt jetzt gilt es nur noch das ganze zurück zum rack zu bringen das heißt wir halten oben kurz und gehen dann entsprechend zurück in das rack rein relativ simpel habe ich jetzt auf dem video auch nicht drauf ist auch mehr relevant natürlich für wettkampf sportler weil es natürlich spezifischer ist am wettkampf und wir auch am wettkampf halten müssen ein kurzer moment dann erst ablegen aber auch für athleten halt im training ist es sehr praktisch das zu trainieren weil es bringt euch ja nichts wenn ihr gerade mit anstrengung um angekommen seid und dann nach vorne fallt und am besten noch das rack verfehlt und alles zusammenbricht sondern ihr müsst schon oben eine gewisse kontrolle haben euch kurz sammeln hüfte und beine sind voll durchgestreckt und dann geht ihr kontrolliert zurück ins rack und legt das ganze ab kann auch helfen sich noch mal kurz wirklich oben zusammen vielleicht noch mal eine sekunde zwei stehen zu bleiben dann erst abzulegen das müsst ihr für euch herausfinden was seltener sinn macht es wie gesagt ihr kommt mit voller anstrengung hoch habt einen anstrengenden satz hinter euch eure pumpe ist am arbeiten und dann versucht ihr noch möglichst schnell in das rack reinzuschmeißen das ganze das kann schnell nach hinten losgehen also auch da kontrolle bewahren ich habe noch mal die beiden videos von der seite und von vorne kurz drin um uns die konzentrikt noch mal anzugucken da schauen wir uns natürlich den schwerpunkt vom mittelfuß an das haben wir eben schon gehabt der ist sowohl in der auf als auch in der abwärtsbewegung schön über den mittelfuß und unsere hüfte unsere oberschenkel arbeiten gleichmäßig das hatten wir auch schon das ist ebenso in beiden phasen der bewegung oberkörper bleibt natürlich statisch was wir hier auch noch sehen da werden wir gleich auch noch darauf eingehen ist zum beispiel auch die linie die wir haben unsere arme wackeln nicht also mit statisch ist auch gemeint dass unsere arme hier nicht irgendwie so ein hündchen machen oben und versuchen irgendwie die stange in eine position noch zu zwingen sondern dass sie einfach schön in einer linie zum oberkörper bleiben und stabil bleiben zur atmung ich bin einer der kontrolliert ausatmet teilweise aber auch erst dann halt beim sticking point und die spannung hat maximal hält es ist unterschiedlich bei mir bei höheren lasten nage ich halt eher dazu die luft mehr anzuhalten im leichteren training aber ich durchaus mit einem kontrollierten kontrollierten konstanten ablaufen ablassen der luft aber wie gesagt beide atmung haben ihre berechtigung an beide atmen kann man sich auch gut gewöhnen probiert das aus und von der geschwindigkeit können wir uns das ganze natürlich noch mal kurz angucken wir sehen die ab- und aufwärtsbewegung und die aufwärtsbewegung sollte mindestens so schnell sein wie die abwärtsbewegung sehen wir hier zack das ganze geht hoch immer gut immer auch ein gutes indiz in erster linie egal ob euch irgendwas technisch anguckt wenn diese regel gilt also wenn diese bedingungen erfüllt sind habt ihr schon mal was den kraft ablauf die kraftverbindung angeht schon mal einen ganz guten ablauf von vorne das ganze noch mal von den knien das hatten wir eben schon den schwerpunkt hatten wir uns ja auch von der seite schon angeguckt oberkörper haben war aber wir können uns natürlich hier noch mal anschauen was seit oberschenkel und gesäß machen auch von dem aufwärtsbewegung das bracing haben wir natürlich auch das hatten wir schon zuvor die vorbereitung und wir arbeiten uns hier konstant nach oben von der geschwindigkeit her natürlich auch hier zum beispiel nicht etwas leicht etwas schneller untergegangen kommen aber ebenso noch schneller nach oben als hier das heißt die geschwindigkeit per se ist nicht das entscheidende sondern die dass das verhältnis zwischen auf- und abwärtsbewegung das muss halt stimmen gut dann sind wir mit dem gesamten ablauf der kniebeuge fertig weil es natürlich ein gewisser schnell durchgang aber wir sind eigentlich alle wichtigen punkte durchgegangen sodass wir jetzt zu den drei fehlerbildern übergehen die sich auch noch mal auf viele punkte beziehen die wir jetzt schon angesprochen haben wir fangen an mit fehlerbild nummer eins fehlerbild nummer eins ist das hektische flache atmen wir haben uns ja eben schon das korrekte atmen angeguckt im kurzdurchlauf das falsche atmen wie gesagt ist in die brust das ist sowohl flach brust atmen ist immer flach wir können nicht wirklich tief in die brust atmen wie gesagt bedeutung des wortes tief ist nach unten und das hier ist halt nicht tief unten wir müssen mindestens durch zwerchfell damit wir das wirklich eine tiefe atmung nennen können und möglichst weit natürlich runter in den bauch um das ganze zu füllen und das ganze zu stabilisieren und das erreichen wir niemals in die wir in die brust atmen hektisch wird das ganze halt auch dadurch dass wir natürlich deutlich weniger luft dadurch auch reinbekommen unsere spannung fehlt wir dadurch nervös werden unsicher ja auch das teilweise halt eher krankhaft wirken kann also wir sind nicht zum hyperventilieren da wir wollen ruhe und einen sicheren lift halt ausführen das können wir nur mit einer guten bauchatmung ihr seht da zum beispiel eine brustatmung ihr seht halt auch das typische anheben des oberkörpers wenn wir in die brust atmen das brust aufblasen und ablassen und das bringt uns halt wirklich nichts für den lift das bringt uns auch übrigens im alltag nichts also es geht auch im alltag darum wenn wir gleich noch darauf eingehen in den bauch zu atmen tief in den bauch zu atmen um ruhe auch im alltag zu haben um maximal auch von den gesundheitlichen vorteilen zu profitieren und es ist sehr oft so dass gesundheit und kraft und auch im kraftsport halt gut einhergehen also wenn wir nicht von absoluten spitzen leistungssport ausgehen haben wir immer viel harmonie zwischen gesundheit und leistungsfähigkeit so dann haben wir hier einmal den kleinen ablauf wie schon eben angedeutet habe wir durch das hektische flache atmen neigen wir halt zu nervosität zur unsicherheit zu hektischen bewegungen das fängt dann schon beim setup an dass wir da ganz nervös hängen die finger irgendwie versuchen um die stange zu kriegen uns dann unsicher drunter machen hektischen zeitdruck haben das heißt wir sind noch gar nicht in der position gehen schon raus fallen dadurch zurück versuchen durch vier fünf schritte das ganze auszugleichen sind gleichzeitig auch noch instabil im rumpf und brustkorb ja und haben eigentlich schon verloren bevor die party überhaupt angefangen hat das ganze führt dann halt zu einer schlechten technik und zu einer verletzungsgefahr kurzer punkt noch mal zum instabilen rumpf das liegt ja auf der hand da wir keine luft in den rumpf atmen können wir auch keine richtige spannung dort aufbauen aber warum verlieren wir spannung im brustkorb das liegt ganz einfach daran dass unser brustkorb eigentlich gar nicht dafür ausgerichtet ist sich maximal aufzublasen und das andere problem ist dass wir ja in der regel irgendwann ausatmen werden das kann das wird wahrscheinlich passieren schon beim rausgehen wir werden nicht in der regel die ganze zeit die luft anhalten können die zwei drei schritte machen immer noch die luft anhalten und dann noch genug luft haben um eine exzentrik und dann am besten auch die luft in der konzentrik anhalten zu können das wird meistens nicht gehen meistens lassen wir ein bisschen luft schon ab wenn wir halt stehen und machen uns dann halt nochmal neu fest wir können ja nur wieder neu einatmen wenn wir auch ein bisschen ausgeatmet haben und das problem ist dann wenn das wenn die ganze luft in unserer brust ist dass wir dann in dieser position wenn wir ausatmen die spannung verlieren wo wir halt hier noch maximal die brust hoch haben ganz voller luft geblasen atmen wir aus und wir sinken ein und sind direkt in einer verdammt scheiß startposition ebenso wird das auch passieren wenn wir dann wieder neu in die brust atmen und wieder aufbauen wir haben uns erst mal unnötig bewegt haben unnötige bewegen auf der stange wenn dann aber auch in der aufwärtsbewegung wenn wir aussahmen wieder zusammenbrechen das ist dann ganz schlimm wenn wir halt schon weit unten ausatmen das sorgt dann dafür dass wir nach vorne fallen auch etwas was man halt häufig bei anfängern beobachtet also nochmal das tiefe ruhige atmen in den bauch ist das a und o sowohl im alltag als auch im kraftsport richtig wie gesagt in den bauch sehr wenig bewegung nur haben das heißt aber im rauslaufen haben wir wenig bewegung wir haben auch schon beim vorbereiten beim atmen haben wir auch wenig bewegung also eine gute tiefe bauchatmung sieht man gar nicht so gigantisch wohingegen wenn man tief also tief in anführungszeichen ist ja nicht tief wenn man einfach viel luft in die brust bringt sieht man das immer sofort stange körper bewegt sich wir machen da so einen kleinen tanz das ist immer sehr offensichtlich wenn wir aber tief in den bauch atmen und sogar auch direkt diese spannung erzeugen sieht man das optisch gar nicht so stark habt ihr eben auch in dem video gesehen dass man da schon genau hingucken muss dass das gut eingeatmet wurde das ist natürlich je nachdem wie viel luft man einatmet etwas mehr oder weniger aber das ist immer ein gutes indiz dafür also viel hektische bewegung immer schlecht ruhige wenige gezielte bewegung ist halt das optimum und natürlich den konter zu der instabilen und dem stabilen rumpf und unstabilen brustkorb wir haben einen stabilen rumpf und einen stabilen brustkorb und das führt natürlich zu einer effizienteren und gesünderen technik auch hier logisch wenn wir erst gar nicht die luft primär in die brust reingedrückt haben bleibt die brust genauso am anfang des lifts oder beim rausgehen beziehungsweise beim stehen wenn wir stehen ist die brust genauso in der position wie wenn wir wieder fertig sind zum reinrücken zum anfang der bewegung genauso wie zum ende das ist das ziel alles das was statisch ist was unser oberkörper ist bei der bewegung muss in position bleiben und das schaffen wir nur dass wir in den rumpf der dafür ausgelegt ist luft bringen nicht in unsere brust so dann ein paar hilfestellungen fürs training und für den alltag die bauchatmung im alltag üben relativ logisch liegt auf der hand wie wir das ganze natürlich machen gibt es verschiedene möglichkeiten ich würde auch da das versuchen stufenweise zu machen also leute die tendenziell auch im alltag in die brust atmen und vielleicht sogar durch den mund in die brust armen also im alltag eigentlich schon hyperventilieren was definitiv nicht gut ist also auch für die gesundheit nicht gut den würde ich empfehlen dass sie erst mal liegend beginnen sie legen sich auf den boden aus bett ruhigen ort auf jeden fall ganz entspannt legen sich dann irgendetwas was ein bisschen was wiegt auf den bauch das kann buch sein das kann schuh sein das was ihr gerade habt das könnt ihr auch teilweise vom training machen wenn ihr wirklich große probleme damit habt und dann konzentriert euch wirklich in den bauch tief einzuatmen tief in den bauch zu atmen und ihr legt es erst mal vielleicht normal auf den bauch dann legt ihr es mal irgendwann ein bisschen tiefer auf den bauch um noch mehr die tiefe zu erreichen und wirklich fast schon runter richtung hüfte zu atmen so vom visuellen vorstellen und wenn ihr das dann irgendwann drauf habt auch intuitiv macht dann steigert ihr euch das ganze dass ihr das mal im stehen macht das heißt wenn ihr einfach steht normal in der küche seid am kochen oder so achtet ihr auch mal darauf in den bauch zu atmen wenn ihr in normalem alltag halt seid auch wenn ihr sitzt natürlich wenn ihr in der arbeit sitzt im auto sitzt versucht ihr auch darauf zu achten natürlich immer nur so viel kauf konzentrieren dass es euch nicht abhält von euren eigentlichen tätigkeiten aber trotzdem das versuchen in die intuition einfließen zu lassen und wenn ihr das drauf habt dann geht ihr halt in den bewegenden modus wenn ihr mal einen spaziergang macht macht ihr das ihr versucht dann im training darauf zu achten es bringt nichts wenn ihr von erst mit den bewegenden sachen anfangt und das überhaupt noch nicht im liegen oder stehend schafft es muss erst in die intuition reingehen im entspannten zustand muss es machbar sein dass sie es dann halt auch intuitiv in der anstrengung schafft weil sonst wenn ihr schon im alltag dazu neigt zu hyperventilieren und in die brust zu atmen werdet ihr es im training unter druck oder auch wettkampf erst recht machen das heißt ihr müsst es euch wirklich in der ruhe beibringen dann haben wir den q mit dem bauchnabel einziehen unser punkt nummer zwei hier bauchnabel einziehen dürft ihr nicht missverstehen mit bauch einziehen wir wollen nicht bauch einziehen und sozusagen sagen so eine art vakuum pose machen wie es im bodybuilding hat ist sondern wir wollen wirklich nur den bauchnabel einziehen das heißt wir konzentrieren uns auf diesen punkt des bauchnabels und ziehen den ein das ist eine ganz kleine bewegung die im prinzip durch unseren bauchmuskel unseren muskeltransversus praktisch erreicht wird im bauch der sich wie so ein goethe schließt das ist eigentlich das fundament von unserem rumpf von unserem core das ist wie die goethe den wir uns anziehen das haben wir von natur aus in unserem körper schon gemacht unser körper ist ziemlich genial konstruiert und den aktivieren wir dadurch indem wir es schaffen den bauchnabel einzuziehen und das kann man durchaus lernen man muss sich halt darauf konzentrieren und kann das auch im alltag üben das kann man auch liegen stehend bewegend machen achtet darauf dann natürlich später auch im training darauf achten ihr könnt das auch durchaus mal mit dem gürtel probieren der gürtel kann euch halt auch dabei helfen das noch mal etwas bewusster zu haben weil ihr so ein gewissen konter auch habt hilft ja sowieso auch um den bauch ein bisschen besser anzuspannen ja und wie gesagt dieses einziehen ist durchaus gut und es geht nicht nur darum ihn nach innen zu ziehen sondern auch ein bisschen nach unten wir wollen nach innen runter ziehen das erreicht dann auch diese spannung wenn wir gleichzeitig also wir atmen erst nach unten rein tief in den bauch und sorgen dann mit unserem bauchnabel mit unserem muskulos transversus dass wir das ganze schön fixieren in der ecke in dem bauch halt ne und das könnt ihr wie gesagt im alltag trainieren aber dann natürlich auch im training das zieht sich durch das gesamte durch die gesamte trainingslaufbahn halt das muss stimmen auch das muss intuitiv passieren das heißt auch da erst mal im alltag beginn ruhig und dann im training das ganze vollziehen ähm was auch helfen kann fürs atmen ist die vorstellung des ballons das habe ich ja eben schon ähm erwähnt ich trinke kurz einen schluck und zwar der ballon dass wir diese hülle außen haben die hat unsere core muskulatur also unseren rumpf darstellt ne und dass wir uns da halt auch immer überlegen dass wir das nicht voll mit luft aufblasen wollen weil ein bauch der fast wie ein ballon ist und platzt es ist sehr schwer den bauchnabel einzuziehen ne wohingegen es sehr angenehm und leicht fällt oder deutlich besser fällt wenn halt der ballon auf der besten spannung ist ne ebenso ist es fast unmöglich wenn da gar keine luft da drin ist ne ihr müsst erst die atmung üben um dann den bauchnabel einziehen zu können das sind wichtige sachen ähm atmung logischerweise kann man halt sehr gut im alltag trainieren dafür muss man keine großen vorbereitungen treffen deswegen fangt damit direkt an das könnt ihr zu jeder zeit machen könnt auch jetzt schon ein bisschen bei üben und dann übertragt das später aufs training wird euch auf jeden fall helfen sowohl gesundheitlich als halt auch von der kraft dann haben wir fehlerbild nummer zwei ähm instabilität im oberkörper auch etwas was man häufig sieht ähm bei anfängern das ist ähm wie ich eben schon ein bisschen erwähnt hatte auch oft zu sehen durch ellbogen die irgendwo nach oben hochfliegen ne durch ein nach vorne kippen durch ein zusammenbrechen ne das wird natürlich begünstigt dadurch dass wir ähm in die brust atmen dadurch machen wir den oberkörper instabil ne wie gesagt auf diesen zwei weisen zum einen dass wir die brust instabil machen durch luft drin ist zum anderen dass wir den rumpf instabil machen weil da keine luft drin ist ne brust in der luft in der brust ist natürlich immer luft aber wenn wir primär in die beziehungsweise in der lunge wenn wir primär natürlich in die brustarme wie schon eben aufgezeigt dann ähm bringt das ganze halt nichts und neigt dazu dass wir da halt kollabieren und wie gesagt es wird oft versucht zu kompensieren durch armbewegungen durch irgendwelche überstreckungen dann versucht man die irgendwie noch extrem drunter zu bringen sich zu überstrecken die überstreckung geht ja übrigens auch ganz leicht wenn du eh keine spannung unten hast wenn der rumpf wie pudding ist dann kannst du dich natürlich auch viel besser überstrecken und ins hohlkreuz gehen was natürlich auch nicht gut ist ne also wenn wir vom oberkörper sprechen reden wir natürlich vom gesamten wir reden vom oberen rücken vom unteren rücken aber natürlich auch von der vorderseite also das gesamte paket ne was natürlich ja auch alles miteinander zusammenhängt ähm wir haben da halt das problem dass die stange oft nicht vernünftig aufliegt ne das kann durchaus auch gerade bei frauen und leichten männern ist das durchaus auch ein problem an überhaupt an muskulatur ne die sind einfach zu mager beziehungsweise haben zu wenig muskulatur sodass halt auch einfach logischerweise auflagefläche fehlt also um eine gute lober kniebeuge zu machen aber auch um eine gute hyper kniebeuge zu machen braucht man fleisch oben auf dem rücken beziehungsweise auf den schultern für die hyper beuge braucht man fleisch auf dem nacken damit das gut aufliegt und für die lober beuge auf den hinteren schultern dass man das da gut auflegen kann ne und dementsprechend ja führt das halt auch zu der instabilität und die müssen wir aufbauen um dann halt eine stabilität oben zu entwickeln die uns auch dafür sorgt dass wir einfach die arme die sind nicht entspannen die sind natürlich unter spannung aber die bleiben in der position dass wir nirgends kompensieren müssen weil wir keine bewegung haben die wir ausgleichen müssen es ist ja so simpel wenn der oberkörper in position bleibt brauchen wir auch nichts kompensieren weil der eigentlich dann schon in der optimalen position halt ist also der obere rücken gibt nach elbogen kompensieren das häufig und dann entsprechend kommen wir in der vorlage der unteren rücken muss das kompensieren wir haben extrem guten morning den wir dann ausführen extreme last auf der hüfte extreme last auf dem unteren rücken zu wenig power die aus den knien kommt oft führt das auch zum scheitern es kann sogar so weit kommen dass die stangen euch in den nacken rollt also das ist nicht optimal auch wieder hier gleiche folge schlechte technik und eine gewisse verletzungsgefahr wie machen wir das ganze besser indem wir uns auch hier vorstellen wieder zum verständnis nur die beine und die hüfte beziehungsweise auch dann und natürlich die sprunggelenke sind dynamisch sind beweglich der rest ist statisch der bleibt in der position in der er ist na und ebenso mit den oberarmen da habe ich gleich nochmal ein video um das zu zeigen die bleiben natürlich entsprechend der neigung da habe ich eben ja schon kurz gezeigt die bleiben der gleichen neigung wie der oberkörper das heißt bei leuten die die stange tiefer ablegen oder durch ihre körperbau eine größere vorlage haben gerade auch wenn sie runter gehen bei denen ist das normal dass die ellbogen auch etwas weiter nach hinten hoch gehen ne weil der folgt im print die ellbogen folgen dem oberkörper beziehungsweise der oberarm folgt der position entsprechend ne bei leuten die sehr aufrecht sind ist es logisch dass sie halt auch die ellbogen weit vorne haben dass sie halt aufrechter sind das sieht man ja auch bei olympischen gewichthebern häufiger das heißt aber nicht für euch dass wenn ihr lober beugt und eine große vorlage habt dass ihr versucht künstlich eure ähm eure ellbogen nach vorne zu drücken das wird nicht gut funktionieren also auch wenn ihr dann beweglich genug seid um das zu schaffen ist das nicht die optimale kraft bewegung im optimalfall haben wir da gar keine bewegung im oberkörper also auch hier gleiche folge wenn wir das richtig machen haben wir eine effizientere und gesündere technik die hilfestellung fürs training und für den alltag wir können im alltag entsprechend den oberkörper regelmäßig strecken und mobilisieren gerade bei sitzenden tätigkeiten das haben wir natürlich alle jeder fährt mal auto jeder sitzt mal irgendwo jeder macht mal was am computer oder arbeitet büro lernt für die schule für studium was auch immer besitzen schon relativ häufig und beim sitzen neigen wir immer mal wieder dazu dass wir oben schwach werden im oberen rücken dass wir etwas einrunden nachgeben uns entspannen und das kann man durchaus im alltag einfach strecken und das kann man vor allem als strecken durch diese bewegungsreihenfolge halt die wir haben wir wollen in erster Linie natürlich erst mal unseren rumpf auch festigen indem wir den bauch herbert rein und runter ziehen werden natürlich auch schon luft in den bauch drin und dann sorgen wir dafür dass wir halt kommen wir so rum dann sorgen wir dafür dass wir unsere brust rausführen das heißt die schulterblätter zusammenziehen und unsere schulter nach hinten unten ziehen und das ist dann auch eine natürliche stabile position die wir dann entsprechend für die beuge nutzen und das ist die position die wir haben wollen wenn wir das umgekehrt machen zum beispiel zur reinfolge wenn wir den bauchnabe erst zum ende rein ziehen wollen werden wir dazu neigen dass wir uns bei brust raus im unteren rücken überstrecken und das wollen wir halt nicht wenn wir keine kein hohlkreuz haben sondern wir wollen neutral bleiben also erst wird der rum fixiert und dann machen wir das wenn ihr die rein folgen mal hin und wieder im alltag übt hilft euch das auch im training das zu haben und es hilft euch natürlich weil ihr euch im training ja auch da nicht groß mobility mäßig extrem vorbereiten müsst wenn ihr schon im alltag eine gute gesunde position habt eure schultern zentriert sind eure brust draußen ist eure atmung ist dadurch automatisch auch besser ihr profitiert im alltag und im training davon dann ganz wichtig gerade für die frauen und die leichten männer trainiert euren rücken auf natürlich könnt ihr auch nur die drei basic übungen machen kniebeuge bank drücken kreuz eben im training damit kann man durchaus einen erfolg erzielen aber ihr werdet wahrscheinlich wenn ihr ein defizit habt im rücken das nicht ausgleichen können dadurch auf lange sicht also zum einen hilft es natürlich mit den jahren auch schwerer zu werden muskulatur aufzubauen auch in den gewichtsklassen hoch zu kommen hoch zu steigen aber ihr müsst das ganze aufbauen auch mit rückenübungen rückenübungen sind direkt die zweitwichtigste funktion im training eigentlich dies hat die ergänzen alle übungen perfekt der obere rücken wird in allen drei disziplinen gebraucht hier im kniebeugen um eine gute hand ablage zu haben um stabil zu bleiben beim kreuzheben ebenso um eine gute position beizubehalten und im bankdrücken auch um eine gute brücke zu erzeugen um stabil zu sein um die schultern zu sichern also der obere rücken ist in allen drei lifts sehr wichtig und hat eine statische stabilisierende funktion ihr halt super durch rückentraining hat auch trainiert vor allem wenn ihr einen alltag habt der nach vorne gerichtet ist lohnt es sich im training ein bisschen mehr das ganze nach hinten aufzustärken aufzutrainieren dabei habt ihr ja zwei möglichkeiten beim rückentraining ihr könnt ihr vertikal ziehen das heißt von oben nach unten beziehungsweise ihr zieht euch von unten nach oben oder halt von vorne nach hinten beziehungsweise von unten zu euch hoch und das sind die beiden übungen da gibt es freie übungen da gibt es maschinenübungen die ihr machen könnt und da geht es gerade bei dem vertikalen also bei dem zu euch runterziehen praktisch wie zum beispiel ein latzzug ist oder ein klimmzug einen guten cue den ihr halt nutzen könnt in dem ihr halt ähnlich das macht wie beim kniebeugen ihr versucht ja auch eure schultern runter zu ziehen eure schulterblätter auch etwas runter zu ziehen zusammen zu ziehen und euch in diese position zu bringen und gleichzeitig natürlich auch die brust raus zu bringen wenn ihr das trainiert bei diesem griff habt ihr eigentlich fast schon gutes setup für eure kniebeuge da empfiehlt es sich auch wenn ihr einen ähnlich breiten griff nimmt beim latzzug oder ähnlich oder klimmzug halt wie ihr auch bei der kniebeuge greift und in diesem griff könnt ihr natürlich optimal eure position stärken und euch auch routinemäßig in diese position einfach reinbringen das muss auch hier ein reflex sein sobald ihr last auf den rücken bringen wollt habt ihr da eine gute position und da können halt vertikale rückenübungen sehr gut helfen also vertikale zugübungen dann haben wir natürlich horizontal noch klassiker die gerade fürs bankdrücken auch gold wert sind da wollen wir vor allem unseren mittleren bereich im rücken den trapezius gut trainieren auch die hintere schulter das heißt dieses zusammenziehen dass wir hier sehr kompakt sind im oberkörper dass wir eine breite beziehungsweise eine tiefe brust haben schön geöffnet sind und das könnt ihr da natürlich trainieren also achtet da vor allem darauf ebenso was wichtig ist es natürlich die hintere schulter zum einen um fleisch drauf zu bringen die werden aber natürlich auch bei den rückenübungen mit trainiert das heißt in erster linie rückenübung wenn dann noch kapazität ist macht er die hintere schulter und macht ein bisschen was für die außen rotation beides hilfreich um eine stabile und gute position zu erreichen wichtig dabei ist das muskelgefühl a und o also hier form vor gewicht steigert euch nur mit einer konstant guten technik um halt auch einen guten übertrag zu haben nur irgendwie rücken zu ballern bringt euch vielleicht ein bisschen fleisch auf dem rücken wird euch aber in der wenn ihr oben in außen rotatoren hintere schultern vielleicht im trapezius mittendrin schwachstellen habt werdet ihr die umgehen und versuchen zu kompensieren wenn ihr einfach schweres gewicht bewegt das heißt euer kernelement im rückentraining sollte schon darauf basieren dass ihr qualitativ gute ausführungen macht bei den übungen und dann natürlich steigert mit dem gewicht obendrauf könnt ihr natürlich auch noch schwere übungen machen dass sie einfach noch mal sehr schwer rudert vielleicht noch mal ein zwei sätze vielleicht auch im vorfeld einfach schweres gewicht bewegt das hilft auch durchaus aber um die schwachstellen zu verbessern müsst ihr an der qualität arbeiten dann andere hilfeststellung fürs training eventuell auch eine umstellung von wettkampf ihr könnt auch den griff ändern wenn ihr da probleme habt man sieht das hin und wieder auch bei anfängern oder bei frauen dass die sehr eng greifen und sehr eng bedeutet halt dass praktisch was hier gucken dass die das handgelenk innerhalb der ellbogen hat liegt das ist zu eng das ist immer zu eng das ist keine gesunde bewegung keine gesunde position die wert haben dadurch werden wir auch langfristig schulter und auch eventuell ellbogen probleme hat haben und wir kommen auch eigentlich gar nicht vernünftig in diese position rein das wird oft gemacht um halt schwäche im oberen rücken zu kompensieren das ist auch durchaus in ordnung das ein bisschen zu machen also wenn man nur mal kaum hintere schulter hat da das fleisch macht es schon sinn ein bisschen enger zu greifen um das zu kompensieren aber nicht zu eng wie gesagt nicht innerhalb mit den handgelenken von den ellbogen sondern mindestens auf gleicher höhe wenn ich sogar ein bisschen weiter außen um das ganze zu nutzen ebenfalls kann ein trick seinheit den daumen hinter der stange zu lassen um zum einen entspannter im ellbogen zu sein zum anderen macht es auch über also es ist überhaupt nicht rational notwendig ihr müsst die stange ja nicht festhalten mit der hand die stange wird ja von eurer hand mit eurer hinteren schulter fixiert oder mit eurem nacken mit eurem rücken da müsst ihr nicht noch zusätzlich greifen also es ist überhaupt nicht notwendig das ist dann entsprechend meist eine mentale herausforderung das abzuschalten ihr könnt das probieren mir persönlich zum beispiel hat das total geholfen ich habe meinen griff dann früher habe ich auch sehr eng gegriffen habe dann später auf einen breiteren griff umgestellt und den daumen halt hinten gelassen das hat mir deutlich mehr freiraum rücken gegeben wo ich dann halt auch eine bessere spannung aufbauen konnte auch bei meinen zugübungen konnte ich deutlich besser meine muskulatur ansteuern das heißt dieser griff breite ja und es war auch kaum eine mental herausforderung bei mir tatsächlich ich kenne es aber von anderen athleten das ist durchaus mal ungewohnt ist die denken mir heute die stange da weg man gewöhnt sich aber in der regel dran manche schneller manche weniger es ist aber keine pflicht nicht falsch verstehen die griff breite ist deutlich entscheidender als der daumen wenn man aber mal ellbogen oder schulterprobleme hat macht es durchaus sinn darüber nachzudenken oder das mal auszuprobieren um dann hat auch einen direkten vergleich zu haben gut fehler bild nummer drei bevor wir da reingehen gucken wir uns mal kurz das video an richtig wollte ja noch mal kurz auf die oberarme eingehen auf die linie wie es eben hatte wir sehen hier eine linie das ist wichtig zu beachten und das gilt es das heißt wenn ich jetzt weiter an vorlage wäre müssten natürlich auch die ellbogen höher kommen wenn ich aufrechter wäre müssen die ellbogen weiter unten sein es macht keinen sinn wenn die ellbogen jetzt hier sind wo meine maus ist hier nichts verloren wenn das nicht zu meiner bewegung passt da drehe ich mich ja nur kreuz und quer in der schulter rum also darauf wie gesagt achten das könnt ihr super am film von der seite halt erkennen und die bleiben entsprechend auch in der position super dann gehen wir weiter unser letztes fehler bild die füße sind instabil absoluter klassiker das haben wir sogar bei absoluten anfängern die ja durch ihren alltag einfach durch unser ständiges sitzen und unsere vorgebrochen haltung einfach auch verkürzt sind die haben oft das problem wenn sie irgendwie die hocke gehen dass sie halt abheben mit den fußspitzen mit den fersen sorry dass die fußspitzen den schwerpunkt bilden und die fersenheit abheben ja riesenproblem logischerweise weil wir keine hundertprozentige kraft übertragung haben von unserem fundament von unserem boden also es ist absoluter fakt dass es keinen sinn macht sobald sich da irgendwas bewegt ob nun nach links oder rechts oder oben oder unten man sieht ja auch das andere extrem teilweise dass die leute auf ihrer ferse beugen und dann die fußspitzen abheben auch das ist nicht optimal wir haben nur das optimum wenn wir eine möglichst breite stabile auflagefläche haben zum boden und so verhindern wir dann halt auch dass wir den schwerpunkt nach vorne oder hinten fallen der nachteil dadurch diese schwerpunkt veränderung ist halt auch einfach dass knie oder hüfte halt nicht mehr vernünftig arbeiten können die arbeiten dann einseitig die versuchen zu kompensieren das ganze und das wollen wir natürlich vermeiden wir wollen ja diese harmonie haben wie was eben angesprochen haben wir wollen auf unserem mittelfuß von unserem mittelfuß den druck aufbauen um entsprechend aus hüfte und knie gleichmäßig zu arbeiten und ist auch unserem oberkörper nicht unnötig schwer zu machen wenn wir auf einmal abheben mit den fersen nach vorne kommen dann muss unser oberkörper wieder versuchen uns nach hinten zu bringen in den richtigen bar puff über den mittelfuß also da wie gesagt darauf achten könnt ihr auch wunderbar auf euren videos erkennen die füße guckt man sich einfach an und man sieht ob die abheben oder nicht man guckt sich das von vorne an von vorne sieht man mehr die die innen oder außen rotation und von der seite sieht man halt ob es vorne oder hinten abhebt also korrekt wird es gemacht der druck kommt vom mittelfuß da drücken wir kräftig uns weg knie und füße bilden eine einheit das hatten wir eben auch schon das sieht man halt von vorne sehr gut sind wir bei demien zum beispiel auch dass die knie im prinzip der linie folgen und ja so muss wird zeit gemacht das ist die natürliche position die wir haben da so ist unser körper ausgelegt und nun dieser natürlichen position können wir auch beste kraft entwickeln unser körper also so genial konstruiert und die gelenke sind so widerstandsfähig und stark die können so viel kraft entwickeln aber auch nur wenn wir die optimal nutzen wenn wir die immer nur suboptimal nutzen immer nur am rande ihrer funktion oder vielleicht sogar den eher schaden einseitig benutzen dann haben wir da auch langfristig nachteile sowohl gesundheitlich als auch von der kraft her das heißt machen wir das ganze richtig arbeiten knie und hüfte harmonisch und wir haben eine effizientere und gesündere technik die hilfestellung für training und alltag sind hier wie folgt wir haben alltag oder im training können wir das ganze beim stehen hinsetzen üben wir haben auch die drei punkt regel die erkläre ich gleich noch ein bisschen wir gehen mal auf das stehen hinsetzen und ja den schwerpunkt auf den mittelfuß legen das könnte machen wir vom stuhl auf steht das könnt ihr machen wenn ihr einfach nur so auch wieder steht in der küche in der bahn wo auch immer das könnt ihr wenn ihr euch hinsetzt gerade das hinsetzen und aufstehen ist ja wohl sehr nah an der kniebeuge bewegung dran das heißt auch da könnt ihr mal versuchen euch dann lieber ein bisschen auf den mittelfuß zu bringen und davon aufzustehen als euch da irgendwie mit den armen noch abzustützen da habt ihr deutlich mehr von wenn ihr das im alltag auch vernünftig einbaut die drei punkt regel ist wie folgt wir haben drei punkte stellen wir uns vor in unserem fuß dass zum einen halt die ferse der dicke zeh und hat der kleine zeh und wenn wir die drei punkte halt anvisieren und im prinzip auf diese drei punkte den schwerpunkt setzen dann gleichmäßig die kraft verteilen dann haben wir die automatisch auf dem mittelfuß das heißt für leute denen es einfach schwer fällt sich auf den mittelfuß zu konzentrieren kann es halt helfen sich diese drei punkt regel vorzustellen ein vorteil den diese regel hat ist halt auch dass wir die zehn mit einbeziehen und uns dadurch auch etwas besser in den boden krallen können durch dieses in den boden krallen haben wir halt den vorteil dass wir noch mal etwas leichteren kontakt haben und natürlich etwas mehr impuls kriegen bisschen mehr feedback als wenn wir uns nur auf den mittelfuß konzentrieren das geht natürlich auch das geht ja auch bei der normalen mittelfuß belastung dass wir natürlich kontakt mit dem boden haben wenn das aber schwer fällt von den versen von den zehen her gerade auch die die vielleicht mal auf die ferse kippen denen hilft es halt sich diese drei punkt regel vorzustellen gerade weil ja die zwei punkte dicker zeh und kleiner zähl entsprechend den vorteil haben dass sie halt zehn sind und vorne liegen das heißt die die da entsprechend vorne abheben können dadurch wenn sie sich darauf konzentrieren wiederum etwas besseren kontakt zum boden herstellen dann noch diverse mobility übungen könnt ihr super im internet natürlich herausfinden da gibt es was mit bändern da gibt es auch den übung den meistens dann auf die wade und mobility halt für sprunggelenk das sind so genannte quick fixes die könnt ihr vorm training machen im aufwärmen die könnte auch regelmäßig mal an so einem ruhetag machen zu hause die könnte auch mal so zwischendurch machen schadet auf jeden fall nicht schadet auch um gefühl dafür zu kriegen ist aber jetzt auch in der regel ist dass also wenn ihr kein gefühl habt für den mittelfuß dann wird euch das auch nicht viel bringen dann werdet ihr euch immer wieder ihr werdet euch immer wieder im alltag oder vorm training eine gute position bringen beginnt zu beugen hebt wieder ab und seid wieder total verspannt also ihr müsst natürlich erstmal an dem ursache arbeiten die ursache ist meistens halt eher die das verständnis dafür das falsche körpergefühl wenn ihr das halbwegs habt halbwegs ein gefühl dafür habt auch wenn es noch nicht optimal klappt dann könnt ihr mehr und mehr auch an den mobility sachen arbeiten um damit es leichter fällt damit das ganze leichter fällt also vor allem wenn ihr im alltag ist vielleicht schon hinkriegt im training aber noch nicht klappt dann hilft es halt auch natürlich mit mobility ein bisschen nachzuhelfen um etwas entspannter in diese bewegung einzukommen gut schuhwerk trinke ich erstmal noch was dann geben wir mal schuhwerk ein beim schuhwerk habt ihr eigentlich nur ja zwei schuhmöglichkeiten beziehungsweise hat auch gar kein schuh also drei möglichkeiten entweder flache schuhe schucks sind beliebt oder wie hier auch die vans boxer stiefel trage ich zum beispiel auch gerne beim kreuzheben auch die schläppchen sind sehr bekannt der vorteil wenn die schläppchen ist die sind schon fast wie barfuß ja und es geht halt darum möglichst nah am boden zu sein eine schöne direkte auflagefläche zu haben keine also kein kein vorteil ich also kein nachteil ich zu geben dass sie irgendwie neu zu neigt abzuheben vom boden sondern direkt einen kontakt zum boden habt das erreicht ihr natürlich am direktesten barfuß oder mit socken aber auch flache schuhe können da wunderbar sein der vorteil bei schuhen ist halt immer dass sie etwas stabiler sind euren fuß noch etwas besser an position halten je nachdem was sie dafür schuhe hat habt oder natürlich kallschuhe kallschuhe sind natürlich ein vorteil wenn ihr nicht so beweglich im sprunggelenk seid dass ihr das ganze ein bisschen kompensieren könnt und gleichzeitig hat der vorteil bei dem kallschuh dass ihr euch da auch durchaus gute massive schwere schuhe holen könnt die noch mal erleichtern guten direkten kontakt zum boden zu haben einen guten stand zu erzeugen und durch diesen dieses abnehmen der mobility schwäche könnt ihr euch natürlich deutlich besser auf sachen konzentrieren und kommt intuitiv eine bessere bewegung rein aber auch flache schuhe sind durchaus gut oder auch barfuß hat auf jeden fall vorteile wie gesagt bei flachen schuhen gilt halt dass das schon auch ein stabiler schuh sein sollte der kann beweglich sein aber der sollte trotzdem nicht ausgeleiert und überhaupt kein profil mehr haben das hat man gerne bei den schläppchen dass die dann überhaupt kein profil mehr haben dann rutscht man natürlich gern mal auf dem boden rum und das wollen wir natürlich vermeiden das ist meistens bei den kallschuhen besser aber auch da gibt es schuhe die hat eine sehr weiche kallschuhe haben auch nicht so optimal wir wollen schon massiva haben gerne aus holz oder wirklich hartem kunststoff die gut aufliegt die dafür sorgt dass wir wirklich einen guten stabilen stand haben unser fundament hat also darauf auch achten beim schuhkauf lieber mal ein paar euro mehr investieren um wirklich einen guten schuh zu haben der hält dann meist auch ein leben lang anstatt halt sich zwei dreimal schuhe holen zu müssen indem man unzufrieden ist indem man auch vielleicht nicht genug platz hat also bei schuhen ist auch wichtig gerade wenn man breite füße hat dass man genug platz in den schuhen hat die sehen vielleicht oft nicht so gut aus die schuhe aber die bieten euch einfach eine die nötige freiheit die ihr braucht um kontakt zu haben wenn eure zehen euer fuß euer ganze in bett hat eingeengt wird dann ist es natürlich auch unnötig schwer einen guten kontakt zum boden herzustellen hilfestellung für die technik bezüglich der füße da kann die standbreite helfen wichtig wenn wir natürlich etwas ändern an der technik das ist wie eben bei dem griff hatte ich noch vergessen zu erwähnen ist natürlich dass wir kleine schritte machen wir wollen nicht von heute auf morgen von dem von ganz eng auf ganz breit gehen und hinten bei den scheiben halt fassen ebenso wollen wir beim stand wenn wir unseren stand breiter machen wollen wollen wir natürlich nicht von hüft breit auf einmal auf schulter breit oder noch breiter gehen sondern wir wollen kleine schritte machen und da beobachten wie sich das anfühlt wenn es sich tendenziell durch die verbesserung besser anfühlt könnt ihr natürlich weiter probieren zu verändern um zu gucken wo der sweet spot ist meistens ist es so logisch man muss halt wirklich sich nur die zeit lassen dafür das kann wochen und monate dauern und das habt ihr natürlich nicht wenn die große sprung gemacht dann wenn ihr vom einen extrem ins andere geht fühlt sich beide scheiße an und ihr seid eigentlich überhaupt nicht schlauer wisst vielleicht irgendwo dazwischen ist auch ein richtiger stand aber meistens die motivation hat schon nicht mehr da was zu verändern eine grundregel ist meistens so wenn die fersen abheben dann lohnt es sich tendenziell etwas breiter zu stellen weil das oft auch ein zeichen für enge ist also wenn man sehr wenn man sehr eng steht und seine hüfte vielleicht dafür ausgelegt ist oder man auch nicht beweglich genug ist im sprunggelenk man muss ja die knie dann sehr weit nach vorne führen geht natürlich der fuß eher ab wenn man etwas breiter steht hat man da mehr freiraum für die hüfte muss die knie nicht so weit nach vorne schieben und kann das dadurch ganz gut kompensieren das heißt da hilft es tendenziell sich breiter zu stellen wenn die fersen abheben bei dem kollabieren also das was wir frontal sehen bei den füßen wenn die irgendwie nach innen kollabieren oder auch nach außen zu stark dann lohnt es sich tendenziell etwas nach innen zu gehen von der standbreite wenn ihr nämlich einen hüftbreiten stand hat oder meinetwegen auch ruhig ein bisschen breiter also von der höhe von der breiteren breite etwas weiter nach innen geht fällt es deutlich leichter kontakt zum boden zu halten deutlich leichter seinen schwerpunkt zu halten und gerade für leute die da probleme haben mit dem kollabieren nach innen ist es sogar noch schlimmer bereit zu gehen weil die werden deutlich schwerer es haben die knie außen zu halten beziehungsweise in der position die füße die füße vernünftig auf dem boden zu halten beziehungsweise es geht ja auch einfach darum das ganze neutral und in einer guten position zu halten das fällt ihnen deutlich schwer wenn die da probleme mit dem kollabieren hat haben also da so eine grobe forstformel geht natürlich nicht für jeden aber das sind so tendenziell die tricks also wenn ihr das beobachtet bei euch in der videoanalyse fersen heben ab probiert vielleicht mal ein bisschen breiteren stand probiert aber vor allem der stand ist nicht das a und o sondern also die standbreite sondern vor allem halt mittelfuß und alles die dreipunkte regel die muss erst beherrscht werden dann vielleicht noch ein bisschen der mobility arbeiten und dann schaut da mal okay ich bin ein bisschen mit dem stand rum in kleinen schritten bezüglich der fußspitzen müsst ihr natürlich auch darauf achten ihr könnt nicht die fußspitzen genauso halten von verschiedenen standbreiten wenn ihr eng steht zeigen die füße in der regel nach vorne bei einem hüftbreiten stand zeigen in der regel die fußspitzen gerade nach vorne wenn ihr sehr bereit steht zeigen die nach außen das ist einfach naturbedingt so und an diese regel solltet ihr euch auch halten das heißt alles dazwischen entwickelt sich so umso weiter ihr nach außen geht desto weiter rotieren auch die füße nach außen bei einem sehr breiten stand müssen die weiter außen stehen bei einem sehr engen zeigen die hat eher neutral nach vorne aber ihr solltet nicht probieren da euch selber zu belügen versuchen euch im vorteil heraus zu erschaffen der nicht existiert wenn ihr sehr breit steht die fußspitzen nach vorne zeigen lässt und ja die die kräfte die auch im knie wirken sind nicht gesund für euch das werdet ihr langfristig auch in der regel merken gibt auch zahlreiche athleten die das beweisen die dann bei knieprobleme bekommen haben oder es ist vom vom knie dann halt auf andere bereiche gesprungen dass sie dann halt im rücken oder ähnliches probleme haben haltet euch an die naturgegebene position achtet vor allem darauf dass die knie und füße eine einheit bilden und dementsprechend ist ja logisch wenn wir mehr außen rotation haben dann müssen auch unsere füße mehr nach außen zeigen genau und ein kleiner tipp noch ja gerade für die die vom ego haben das mag vielleicht für den einen oder anderen anfänger auch oder auch für fortgeschrittene eher falsch klingen aber dass ihr nicht so tief beugt also das macht auch sinn wenn ihr einfach enorme probleme hat mit den füßen auch bei vielen anderen technischen sachen nicht extrem es zu beugen es gibt ja auch viele die beugen permanent im training und auch auf wettkämpfen viel tiefer als sie müssten erst mal bringt euch das kein vorteil zweitens bringt euch ja nur nachteil wenn ihr dadurch stabilität im rücken in den füßen verliert oder ähnliches das heißt ihr solltet grundlegend eigentlich vor allem auch im training nur so tief beugen wie ihr stabil bleiben könnt damit ihr eine gute technik euch einprägt und euch nicht in irgendeine bewegung zwingt die ihr nicht könnt von da aus solltet ihr euch natürlich steigern und dann in der lage sein natürlich irgendwann die wettkampftiefe auch zu schaffen aber es ist sehr wichtig dass ihr im training eine gute performance bringt die qualität ist wichtiger als die scheinbare qualität von einer gültigen beuge es bringt euch nichts wenn ihr 100% im training gültig beugt aber 100% davon ungesund sind am wettkampf wird ja nicht eure effizienz oder eure gesundheit hat geprüft aber die hilft euch entsprechend die effizienz und gesundheit um lange dabei zu sein jemand der 20 jahre den sport macht hat deutlich bessere chancen als jemand der es nur 4 oder 5 jahre macht oder schafft weil er dann schon seine verletzungen hat oder ähnliches das heißt da auch ein bisschen darauf achten aber wie gesagt wenn ihr natürlich auf einmal dann endet in einer sehr flachen beuge müsst ihr daran arbeiten an beweglichkeit an stand an ähnlichem um wieder auf eine wettkampftiefe kommen zu können das sollte möglich sein und da sollte das hier halt sein diesen sweet spot zu finden eine gute technik die auch sauber genug ist um das regelwerk zu erfüllen aber die vor allem auch sauber genug ist um euch gesundheit und kraft zu bescheren so video von vorne noch einmal gucken wir uns das ganze noch ein letztes mal an wir wollen hier natürlich uns ein bisschen auf die füße konzentrieren ihr seht zum beispiel ich bin jemand der sehr breit steht oder relativ breit das ist natürlich noch ein bisschen platz bis zum ende des wegs aber ich stehe schulter bis sogar ein bisschen breiter als schulter breit und jetzt gucken wir mal auf meine knie die folgen natürlich der bewegung und ihr seht auch dass die fußspitzen entsprechend nach außen zeigen das ist natürlich bedingt stellt euch vor meine fußspitzen würden jetzt nach vorne zeigen direkt nach vorne wie sollen denn meine knie dahin laufen wenn mein wenn mein oberschenkel in die richtung nach außen zeigt wie soll denn mein knie dann auf einmal nach vorne zeigen das das kann nicht funktionieren das wird euch wehtun das wird auf die hüfte schlagen das wird auf die knie schlagen das wird auch auf die füße und rücken schlagen das wird ungünstige sachen hervorrufen bei euch also achtet auf diese grundlegende faust formel die einfach natürliche anatomie entspricht so einmal noch schauen ob wir noch was haben stand ist auf jeden fall stabil wie gesagt ihr könnt das in jedem video gut gucken ob die füße sich irgendwo bewegen hier bewegt sich nichts am fuß also passt dann kommen wir zu unserem abschluss wir haben jetzt viel gequatscht beziehungsweise ich habe viel gequatscht ihr viel zugehört hoffentlich und einiges mitgenommen wir fassen noch mal im prinzip zusammen was wichtig ist in dem fall und zwar geht eigentlich eine grobe faust vor mir ein grobes gebot und zwar dass man holistisch sein soll holistisch magt euch jetzt fragen was soll das sein scheiß fachbegriff es heißt nichts anderes als ganzheitlich die sachen zu betrachten dass man sich nicht nur auf das einzelne auf den einzelnen kleinen punkt bezieht auf seine einzelne kleine stärke die man hat und die versucht maximal auszubauen sondern das ganzheitliche zu erreichen eine harmonie zu erreichen einen möglichst guten zusammenhang zu erreichen dafür muss man den natürlich erstmal verstehen dafür muss man verstehen dass in organischen system praktisch was unser körper ist was aber auch unser soziales leben ist was wir haben zum beispiel um kleinen übertrag zu haben oder auch unser wirtschaftssystem oder ähnliches dass da hängt alles mit einem zusammen also wenn ihr ein eine komponente ändert wird sich auch eine andere ändern und die wird darauf reagieren und das ist unserem körper nicht anders unser körper reagiert auf äußere einflüsse auf veränderungen die wir ihm aussetzen das heißt wenn ihr zum Beispiel mit einer schlechten technik permanent arbeitet prägt sich diese schlechte technik ein verinnerlicht sich für den körper und fühlt sich erst mal in erster linie richtig an obwohl sie eigentlich eigentlich nur zu kompensation führt einseitige kompensation im einfachsten falle mein wegen schief seine rechte sagt man macht immer alles mit rechts man ist auch im training mit rechts stärker und auf einmal merkt man dass die linke seite wird immer schwächer und schwächer man arbeitet schief auf einmal man hat eine extrem schiefe an der ablage man beugt das schief hoch man krüppelt sich das irgendwie hoch aber natürlich nachteil bei der kniebeuge wie eben gesehen haben vielleicht von den füßen dass man da nach vorne hinten kippt und dadurch halt knie oder hüfte deutlich mehr arbeiten und man das versucht dadurch zu kompensieren kompensation eben oberrücken oberrücken ist viel zu schwach wir versuchen eng zu greifen anstatt vielleicht langfristig daran zu denken mal schwerer zu werden oben mehr fleisch drauf zu packen was einfach deutlich besser als langfristig gesehen oder wir versuchen mit den ellbogen da irgendwelche turnspiele zu machen das sind nur kompensation und verein arbeiten die halt nicht an den ursachen wir müssen aber an die ursachen dran wir müssen wieder an den ursachen ran um im fundament eine möglichst stabile kette halt zu haben das heißt wir versuchen möglichst viele muskeln wollen wir um stark zu sein gleichzeitig aktivieren in einer kette die zusammenhängt und maximale stärke geht halt nur dadurch also wir können nur das maximum aus unserem körper rausholen maximale kraft auf eine kniebeuge übertragen wenn da nicht nur die oberschenkel arbeiten wenn er nicht nur die hüfte arbeitet sondern oberschenkel hüfte die füße sind stabil der oberkörper ist stabil unser rumpf ist fest dass das alles zusammenarbeitet dass auch unsere hände in der guten position sind wir nirgendwo moment haben muss jetzt irgendwie durch das tut weh da müssen daran arbeiten wir müssen ein gutes harmonisches bett schaffen in dem halt alles zusammenarbeiten kann wie gesagt die kette praktisch eine starke und robuste kette die hält langfristig und die macht uns halt auch langfristig stärker die sorgt den allseits geliebten progress die entwicklung die wir haben die aufwärtsgerichtete entwicklung die verbesserung das schaffen wir nur eine starke und robuste kette robust damit wir lange dabei sind stark natürlich im sinne dass wir halt auch stark im training sind oder in all den anderen lebensbereichen weitere weisheit eine kette ist nur so schwach also stark wie ihr schwächstes glied steckt auch viel wahrheit drin wenn wir wieder bei dem thema der kette bleiben wenn wir meinetwegen jetzt wieder bei der kniebeuge sind unser oberer rücken ist einfach zu schwach entwickelt wird uns das immer zurückhalten wir werden immer daran scheitern wir werden immer wieder scheitern dass wir zusammen kollabieren dass wir versuchen das zu kompensieren durch irgendwas und dementsprechend müssen wir unserem schwächsten glied arbeiten das sollte die erste linie unseres trainings sein vor allem in der offseason also wenn ein wettkampf durch ist das schöne ist ja eigentlich bei einem wettkampf oder meinetwegen auch ein mock meet ein max out wie auch immer dass man den leistungstest im training macht wenn wir da feststellen und das gefilmt haben okay da und da ist die schwachstelle dann geht es direkt daran in den nächsten wochen wenn man sich ein paar wochen vielleicht pause genommen hat zeit für sich ein bisschen ruhe für den körper dann setzt man sich daran und arbeitet genau in den schwachstellen beispiel obere rücken wenn der zu schwach entwickelt ist wir keine richtige auflage haben müssen wir daran arbeiten wir müssen daran arbeiten eine bessere position zu erreichen wir müssen ein besseres gefühl eventuell mehr muskulatur zu haben und daran arbeiten ebenso ist es auch für athleten die vielleicht jetzt keine direkte schwäche haben die aber einfach zu leicht sind die mal langfristig in gewichtstasse höher müssten weil die gewisse ja gewisse stagnation haben die müssen dann an dieser schwachstelle arbeiten mehr essen mehr muskuläres training hat einbauen und sich da entsprechend halt aufbauen im ganzen dass unsere schwachstellen ziehen uns immer nach unten unsere schwachstellen ziehen hat auch unsere stärken runter und wir wollen halt im prinzip dem grundsatz folgen dass wir unsere schwächen zu unseren stärken machen auch wenn das natürlich nicht immer so pauschal möglich ist wenn wir eine gewisse schwäche haben bei uns einfach meinetwegen ist auch von der disziplin wenn man vielleicht ein paar jahre jetzt kdk macht und bankdrücken ist eine absolute schwäche dann wird das wahrscheinlich nie sein aller stärkste lift werden irgendwann aber dennoch wenn wenn ich immer nur dann auf meinen kniebeugen oder kreuz eben halt achte und bankdrücken ist seit weit unten und ich werde immer stärker in den zwei disziplinen ich gut kann oder der ein dann ist im prinzip in relation meine schwäche immer schwächer was das ganze angeht und ich muss daran arbeiten meine schwäche stärker zu machen damit diese verbindung wieder hergestellt wird und im prinzip wenn ich stärker werde muss ich auch meine schwächen mit hochziehen ich muss da auch stärker werden und beispiel jetzt bei den disziplinen zu bleiben nur so schaffe ich ja ein gutes total nur so schaffe ich ja eine konkurrenzfähigkeit vergleich zu anderen und so ist es natürlich ist aber der kniebeuge und vielleicht mal wieder bei dem oberen rücken zu bleiben an dem muss ich arbeiten wenn ich daran nicht arbeite und versuche noch mehr meine beine und meine meine hüfte aufzubauen die schon immer stärker sind in der bewegung da immer stärker und stärker werde werde ich vielleicht auch ein bisschen stärker und auch vielleicht was schwerer aber wenn ich oben immer noch klappergestell bin im oberen rücken dann wird mich das immer wieder zurückwerfen und es wird mich wahrscheinlich wenn diese diskrepanz sehr hoch ist wird mich das extrem zurückwerfen die gefahr der verletzung ist enorm weil meine meine beine und meine hüfte dann halt schon in der lage sind schweres gewicht zu bewegen mein oberen rücken das aber überhaupt nicht halten kann und der zittert und wackelt und der ist völlig am limit meine beine und hüfte können noch die machen da drei vier wiederholungen und dann bricht mein oberen rücken halt zusammen bei der bewegung wir versuchen ist natürlich wieder zu kompensieren dadurch verstärkt sich hat auch noch mal verletzungsgefahr und verein werden wir dadurch langfristig nicht stärker also mache deine stärken zu deinen schwächen schwächen zu deinen stärken natürlich mach deine schwächen zu deinen stärken das soll dann auch das schlusswort sein wie gesagt pauschal geht das natürlich nicht im ganzen aber trotzdem sollte diese grundphilosophie da sein um das ganze zu optimieren so wir haben das webinar geschafft ich hoffe euch hat das spaß gemacht ihr konntet das ein oder andere mitnehmen das video endet jetzt gleich und ihr könnt dann gerne eure fragen wenn ihr noch etwas unklar ist wenn ihr etwas wissen wollt in den kommentaren unter dem video lassen auch gerne ein feedback da lassen ich freue mich und ich werde die kommentare dann natürlich auch beantworten ich wünsche noch einen schönen abend bis dahin tschüss